Heyo, ich bin Simio und willkommen zur zweiten Runde des Matchups KOG gegen Mega. Mega hat gerade komplett aufgeräumt, hat absolut keine Chance gelassen und ich habe jetzt mal die Pick-und-Band-Phase übersprungen. Ihr seht was gebannt wurde, ihr seht was gepickt wurde. Man hat direkt Enzo rausgenommen, der hat nämlich super aufgeräumt bei Mega letzte Runde. Die haben ihn jetzt gekickt und man spielt Prader dazu. Ich habe es jetzt mal übersprungen. Wir machen einfach mal den Test. Was euch besser gefällt, schreibt es in die Kommentare, überspringen oder nicht. Wenn ihr Setup und die Band sehen wollt, macht kurz auf Pause. Ansonsten, wenn ihr es haben wollt, dass ich ein bisschen rübergehe und erkläre, was gepickt wurde und so weiter, schreibt es auch in die Kommentare. Dann können wir das auf jeden Fall weiterhin so machen. Das ist dann gar kein Problem. Außerdem überlege ich, ob ich im Hintergrund ein bisschen Musik laufen lasse, weil wir ja keine Ingame-Sounds haben. Schreibt es auch mal in die Kommentare. Einfach alles. Wir probieren jetzt mal aus, was euch besser gefällt. Schreibt es auch in den Kommentaren und werden wir dann sehen, worauf ihr Bock habt. Ich werde auf jeden Fall diese Games jetzt noch weiter casten, ohne euer Feedback. Das kriege ich dann erst dann. Und ja, dann sehen wir uns Ingame gleich wieder. Ich werde jetzt meine Cam immer ausmachen, damit ihr Ingame nicht so abgelenkt seid von mir. Bis gleich. King of Gamers ist, by the way, das ist, by the way, der Sponsor von Diamond Cobra. Haben ihn gerade gesehen. Und da geht das Game direkt los. KG, gerade halt komplett aufgeräumt worden von den guten. Aber komplett aufgeräumt. So, ich mache den Livestream nochmal hoch. Match 1, äh, Match 2 in diesem Setup. Mega eSport, diesmal auf der roten Seite. Da kommt aber schon guter Schaden auf Ri. Der muss sein Sprinten anmachen auf der Verres. Und läuft da direkt raus. Schöner Schaden nochmal hinterher. Mr. Suns. Wir warten auf den Damage. Schöner Liliana-Skin. Das ist der, das ist der Remake-Skin, oder? Ich glaube schon, dass es der das ist. Der Baum auf der Bot-Lane. Pusht ihr ran. Geht auf den Prager. Das ist Prager auf der Bot-Lane. Es hört mir jetzt erst auf, Leute. Es ist Prager auf der Bot-Lane. Ich bin mal gespannt, wie das funktionieren kann. Der Gegner hat Violet. Violet, meiner Meinung nach, ist der beste AD Carry, den man zur Zeit haben kann. Und dann haben wir einfach Prager auf der Bot-Lane. Ich bin gespannt, wie sich das ausspielt. Prager auf der Bot-Lane. So haben wir, man spielt ohne AD Carry im Gegner-Team. Man hat Prager genommen als AD Carry, als Tower-Schaden. Denn man braucht immer so ein bisschen Tower-Schaden mit dabei. Ansonsten kommt man nicht weiter durch. Sie haben hier jetzt dreimal Tower-Schaden. Oh, was ein schöner Back. Von der Verres. Das reicht aber nicht in Schaden. Zu wenig Schaden hier von der von der Sephira und der Verres zusammen. Das kommt erst im Late-Game. Man hat genug Tower-Schaden. Prager-Ultimate macht Tower-Schaden auf den Auto-Tags. Kommt Spell-Damage drauf. Dann ist zwar genervt worden durch den Apocalypse-Nerf. Ist aber auch noch Darcy mit dabei. Ja, macht Tower-Schaden. Sehr, sehr gut. Sephira Passive macht Tower-Schaden. Von daher hat man genug Tower-Schaden noch ohne ADC. Und da sehen wir den neuen Violet-Skin. Sieht sehr, sehr nice aus. Soll ich sagen. Ist ein sehr cooler Skin. Oh, Darcy. Da muss die, da muss die gute Annette flickern. Ja, die hat Angst gehabt, dass da die Darcy-Ultimate kommt. Wäre die Darcy-Ultimate auf die Annette gegangen, denke ich, wäre der Kill auch gefallen. Auf den Top-Land haben wir das gleiche Match-Up wie vorhin. Ja, wie im ersten Game haben wir der Roxy gegen Omen. Beides sehr, sehr starke Helden. Drache wird hier direkt angenommen von K.O.G. Ich glaube, Mega kann er relativ wenig machen. Kommen jetzt aber dazu. Schöner Stun hier. Der trifft aber nur den Supporter und der Drache fällt. Das hat die Weile sehr, sehr schön gemacht. Der Baum wird immer zurückgeportet. Schöner Taten hier. Und da kommt die Roxy-Ultimate. Und der Schaden und der, und das First Blood geht auf Zephyra. Muvan währenddessen auf der Top-Land. Pusht hier die Wave aus. War ein perfekter Roam von der Roxy. Ja, ist runtergegangen. Hat das First Blood secured und kriegt auch noch die Top-Wave. Sehr, sehr gutes Mini-Management von der. Praetor hat da wenig Schaden draufbekommen in diesem Fight gerade. Er ist halt ein Early-Game-Praetor. Da kommt noch nicht so viel bei rum, muss man sagen. Ja. Uh. Pick-Up von KOG auf den gegnerischen Supporter. Na, hier war diesmal der perfekte Roam vom Omen. Ja, genau das gleiche gemacht. Die Roxy gerade holt sich da den Kill. Roxy klaut sich aber den Creep. Ich denke, Movan wird da keinen Kill bekommen. Der hat seine Ultimate nämlich nicht mehr ab. Wird jetzt aber hier von der Roxy sehr, sehr gut gedamaged. Hälfte der AP muss aufpassen. Und Violet holt sich hier direkt mit dem Blue-Buff. Der sieht cool aus, der Skin. Muss man nicht sagen. Ja, sehr, sehr coole Animation. Ja, der Violet-Skin. Ich weiß gar nicht, wann der genau bei uns rauskommt. Uh. Sieht wirklich, wirklich sehr, sehr fresh aus. Bisher sehr, sehr cleane Animation. Freue ich mich drauf auf den Skin. Das Zahn versucht nochmal zu bursten und ihr seht, es ist Violet. Es ist einfach Violet. Man kommt da nicht gegen an. Man muss sagen, ich meine aber, die haben hier das Global-Bun-System in ihrer Pick-und-Bun-Phase. Das bedeutet, sie können Violet nur ein einziges Mal picken in der kompletten Series. Na, wenn sie Violet jetzt gepickt haben, können sie sie nächste Runde nicht nochmal nehmen. Schön oben ein Ultimate hier auf der Roxy. Die Ultimate vom Supporter. Roxy ist tot. Eindeutig. Die Ultimate von der Annette war ein bisschen over the top. Ja, muss ich ein bisschen Kritik ausüben. Ich glaube, die Annette-Ultimate hätte man nicht gebraucht, denn die U-Main-Ultimate war ja sowieso mit drauf. Die wäre, die gute Roxy wäre auch so oder so gestorben. Mitte wird jetzt zu dritt ausgepusht. Ist okay, aber man kann sich das Gold in der Mitte in diesem Setter teilen. Denn wer ist hier nicht der Hyper-Carry? Der Hyper-Carry wird sein der Darcy und der Prater. Von daher ist es okay für den Prater mit in die Mitte zu roam und das Gold dann mitzunehmen. Oh, Mr. Sun, sie kriegt ja den Stun-Up von der Sephira. Reicht der Schaden? Die Ultimate trifft nicht vom Darcy. Ihr wisst ja, bei der Liliana-Ultimate, wenn Liliana springt, mit Ultimate ist sie für eine Millisekunde gefühlt unsterblich und kann nicht targetet werden. In dieser Millisekunde hat sie die Darcy-Ulti gedodged und dementsprechend wurde sie nicht zurückgezogen. Dementsprechend ist sie nicht gestorben. Sehr, sehr schön gemacht. Der Stunny auf dem Baum trifft. Pity kommt aber einfach weg. Der ist einfach der Super-Tank. Kein Problem für den Baum. Rie muss jetzt gleich die nächste Wave wieder pushen in der Mitte. Jetzt kommen die Cannon-Vasallen mit dazu auf die Waves. Die Violet farmt sich halt hoch und das wird gefährlich. Violet wird hier noch richtig, richtig gefährlich, denn wie wollt ihr mit diesem Setup Violet töten? Ihr habt selber nur viel Poke. Ich weiß nicht, ob man es hinbekommt. Prater macht hier schön ein Wave-Clear. Da nimmt sich hier die Wave raus. Omen holt sich den Mini-Drake, beziehungsweise versucht da zu fighten. Oh, Hams. Hams, Hams, Hams. Kommt nochmal weg. Rieh in der Mitte hier. Wird angegriffen von Getsch. Der macht sehr, sehr schön Schaden. Reicht der Schaden um den Kill zu holen? Es reicht nicht mehr. Aber Mitte down gepokt und dementsprechend kann man eventuell hier den Drachen angehen. Oh, Movan. Muss hier mit drei Leuten und der Mini-Wave fighten. Er will den Tower vielleicht noch kriegen. Kriegt den Tower, aber noch verteidigt. Wird zurückgezogen von der Darcy-Ultimate. Reicht der Schaden um ihn da zu kriegen? Roxy-Ultimate zieht ihn nochmal aus der Tower-Range und der Schaden reicht, um den Kill zu holen. Aber nicht so tragisch, denn den Tower hat man gerade nochmal so verteidigt. Jetzt ist Mr. Suns da. Kann Mr. Sun diesen Tower deffen? Man weiß es nicht, denn die Kamera ist gerade auf die Mitte geswitcht. Mr. Suns schafft es gerade noch, so den Tower zu deffen. Schafft das, schafft das, schafft das. Er schafft es. Und schöner Dodge hier nochmal von Mr. Suns auf den AOE von Darcy mit seiner Ultimate. Mega King und der Supporter vom Gegner-Team müssen ja zurückporten, wurden beide Hardcore gepokt. Das heißt, eventuell für KOG, dass man diesen Top-Land-Tower nehmen kann. Mitte wird gecleared. Der Top-Land-Tower sollte gone sein. Weidet Schaden, weidet super hoch gefarmt. Die ist Level 9. Das ist Level 9. Ihr seht, der Tower-Schaden ist einfach insane mit diesem Helm. Und damit ist der Tower weg. Die Creep wird auch noch gleich geklaut. Alles Gold einfach auf diesen ADC pumpen. Und dann reicht es auf jeden Fall. Mit Waves kommen beide wieder dazu. Doppelstun trifft. Schaden reicht aber nicht, um irgendwas zu machen. Das Suns poked hier wieder sehr, sehr gut. Da kommt der Jungler dazu, der Darcy. Ich habe das Gefühl, oh, Top-Land ist gerade in Fight. Harms gegen Moonwar. Droppen beide ziemlich gleich low und der Tower wird fallen. Ja, kannst du nichts mehr machen. Lass ihn fallen. Ansonsten stirbst du auch noch. Uh, da kommt noch die Verres dazu. Versucht ja noch den Pickup von der Sideline zu machen. Reicht aber nicht, Mega King. Muss auch wieder rausgehen. Gertschatz auf der Midlane. KOG, gute Chancen hier ein bisschen Poke zu kriegen. Brechen es aber ab, denn der Prater Wave-Kir ist einfach zu hoch. Währenddessen Mega, sehr, sehr schön gemacht. Hat hier die Situation gut genutzt und den nächsten Top-Land-Tower gemacht. Oh, Harms. Schöne Ultimate hier auf Mr. Suns. Harms dreht nochmal um. Reicht aber nicht mehr für die Roxy, um da zu überleben. Muvan geht auch nochmal rein. Ist jetzt genau in der Mitte. Darcy fällt hier. Verres macht schön Schaden, muss aber auch noch umdrehen. Zusammen mit der Sephara. Da trifft die Ultimate von der Liliana und der Ultimate von dem, und die Ultimate vom Omin trifft auch noch und holt sich den Kill. Das waren vier Gegner getötet. Für nicht einen. Perfekter Cleaner-Teamfight. Sehr, sehr schön gemacht. Die Roxy kam gerade noch so raus. Mega Gecko muss jetzt hier noch verteidigen. Denke, das bekommt er kaum noch hin, obwohl die Ultimate sollte guten Schaden machen. Kann eventuell mit der S2 das nochmal wegpucken, aber der Violet-Schaden ist einfach zu hoch. Jetzt kommt noch ein Tumble ohne Creeps auf den Tower. Und das war's. Der Tower ist weg. Währenddessen hat sich hier der Baum auf der Botline in den anderen Tower genügt. Genehmigt mal genommen. Und das war ein perfekter Teamfighter. Dieser Teamfighter hat Kaoji einfach sehr, sehr Freiheit gebracht. Ihr habt zwei Tower bekommen. Ihr habt den Mid-Tower bekommen, den Bot-Tower. Kriegen hier eventuell noch den Drachen. Und ihr seht, der Praetor-Schaden ist einfach noch nicht hoch. Ja, das war gerade ein Drache. Das war gerade ein Drache, der komplett ausgebaut war. Da sehen wir nochmal einen Teamfighter. Schön gemacht hier. Ultimate von Omi nochmal mit drauf. War ein sehr, sehr guter Teamfighter. Wirklich gut kollapsed. Ja, ich weiß nicht, ob es da wert war, für Mega sich den zweiten Tower zu nehmen und danach so in dem Teamfighter zurückgestoßen zu werden. Mitte wird wieder zusammengecleart. Mittlerweile ist es schwierig für die Verres hier die Mitte zu clearn, denn sie darf nicht zu weit vorgehen. Egal, wer jetzt zu weit overextendet, wer zu weit vorgeht. Sobald ein Catch da ist von Omin, ist es vorbei. Von daher ist es immer schön für ihn dann, einen Darcy oder so mit dabei zu haben beim Aufräumen. Wo Ultimate vom Darcy reicht der Schaden, um deinen Kill zu holen? Ich glaube nicht, Verres jetzt ein bisschen in den Bedrängnis. Hälfte AP ist schon runter, muss da ulgen, um rauszukommen. Prater, Ultimate, Prater Schuss trifft hier nicht. Ultimate ist noch nicht gejustet worden von Prater. Prater Sideline, Leute. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Dark Slayer. Was will man machen jetzt? Super hartes Goldli, 3K. Das ist eine Menge im Problem. Und damit geht das Slayer down. Man tradet den Slayer für den Botlane-Turm. Es ist okay. Slayer, man weiß, Slayer ist normalerweise immer ein garantierter Turm. Und das sollte dann theoretisch ein Tier-2-Turm sein. Und Tier-2-Turm ist natürlich, den kann man dann gut traden für den Bottom-Turm. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob der Omen noch super gut gegen ankommt, gerade gegen die Roxy. Es gibt so einen kleinen Zeitpunkt, da ist Roxy ein bisschen besser als Omen. Im Late-Game hört das dann wieder auf. Da geht der Omen dann wieder ein bisschen stärker. Aber so ein Mid-Game dreht der Omen einfach durch. Aber die Roxy muss aufpassen, dass sie jetzt nicht gecatcht wird. Vier Leute sind hier hinterher. Sie hat keinen Tower mehr, unter dem sie sich verstecken kann. Der Stunt vom Baum trifft auch noch. Wenn der jetzt trifft, der trifft. Und damit sollte Harms hier auch noch down gehen. Schöner Kill von Getschre. Holt sich hier einfach mal so mit der Ultimate den Baum. Und da ist der Drachen gespawnt und will hier auf jeden Fall auf den Bottom-Tier-2-Tower gehen. Sobald der Drache hier connectet hat, sollte der Tower auch fallen. Jo, das ist der Tower. Damit fällt er weg. Und das war's mit dem. Der Drache hat auch noch Hälfte AP. Ich glaube aber nicht, dass der Drache nochmal für den zweiten Tower genutzt werden kann. Da sollte gleich ein Darcy-Spell drauf. Dann sollte da ein Praetor-Spell drauf kommen. Und damit ist der Tower dann auch weg. Das war's dann auch mit dem. Da ist die Ultimate von Praetor. Das Hälfte des Drachens weg. Darcy fehlt noch. Das war's mit dem Drachen. Aber wie gesagt, Tier-2-Tower hat man bekommen. War okay, kann man machen. Und jetzt kann man auch noch in der Mitte hier poken. Man hat, wie gesagt, die Violet mit dabei, die hier sehr schönen Schaden auf der Sephora schon mal macht. Roxy geht hier rein, versucht hier einen Gegner raus zu catchen. Das langt aber nicht mehr. Und jetzt seht ihr einfach, wieso Violet einfach so broken ist. Ihr könnt mir nichts erzählen. Egal was. Hayat ist stärker, der ist stärker. Ne. Violet ist einfach zur Zeit der stärkste ADC. Einfach mal wegen diesem Schaden. Und dazu auch noch, weil sie for free, sie kann einfach jeden Tower for free wegnehmen. Schaut auf der Top. Sie hat keine Creeps. Zack, tumbled hin und holt den Tower. Welche andere ADC kann das noch? Außer der. Nicht in diesem Maße. In diesem Maße kann es kein anderer ADC. Und alleine deswegen ist Violet zur Zeit einfach der stärkste AD Carry und alleine der stärkste Held, den ihr im Team haben könnt. Wie gesagt, Violet wurde jetzt einmal gepickt. Das heißt, Diamond Cobra kann sie in den nächsten Games wahrscheinlich nicht mehr picken. Ja, wegen der Global Bun Phase. Und da geht der Top Tower auch noch hin. Ja, es sind zu wenig Leute darum zu verteidigen, der Baum. Macht ihr guten Druck, um diesen Tower zu nehmen. Die Ultimate auf Darcy trifft beide. Aber, 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 ihr habt es gerade gesehen. Sie wurde removed und zwar von Annette, die jetzt reingeht mit der Ultimate. Der Schaden trifft aber gut. Schöner Pok hier. Der Baum ist jetzt in der Backline. Schuppt die Gegner nochmal aus dem Tower raus. Und da geht aber der Hamstod. Den Hamst, den hat zerrissen. Und das war's. Ihr habt gerade gesehen, die Annette hat die Darcy Ultimate entfernt. Mit dem Support Item. Das geht, Leute. Es gibt ein Support Item, das entfernt cool. CC. CC bedeutet einfach Stunts und so weiter. Kauft es. Wenn ihr ein Darcy im Gegnerteam habt, kauft dieses Support Item und entfernt seine Ultimate. Der wird sich jedes Game aufregen. Jedes Game. Und ihr habt gerade gesehen, das hat nicht nur eins entfernt, das hat mehrere CCs entfernt. Normalerweise soll es eins entfernen. Hier hat es jetzt mehrere CCs entfernt. Von daher kauft das Ding. Das ist sehr, sehr stark. Hier unten seht das Item nochmal. Ist dieses komische Armschienen oder so. Macht Golem. Kann eventuell geklaut werden von der Violet mit der Ultimate. Jupp. Da ist die Ultimate. Die macht natürlich mehr Schaden, sobald das Ziel weniger AP hat. Von daher ist die Ultimate super, um einfach so einen Red Buff einfach mal rauszuklauen. Nächster Slayer. Kann man eigentlich for free nehmen. Ich denke nicht, dass wir das Mega-E-Sport-Team irgendwas noch machen können. Der Slayer sollte auf... Ja, der Slayer ist weg. Da kann man nichts mehr gegen tun. Violet. 5-0. 11.000 Gold. Was wollt ihr noch machen? Ist vorbei. Darcy muss da ulten. Geht da raus. Ultimate of Rhi. Damit soll der Rhi theoretisch sterben. Wenn hier Violet noch früh genug rankommt, aber da gibt es der Praetor-Schaden. Er reicht aber nicht. Der Praetor-Schaden ist noch nicht genug. Sephira hier. Kriegt guten Schaden. Rockst sie in der Backline. Das trifft die Ultimate. Auf Gersh. Das reicht aber nicht, um den Kill zu holen. Das haben sie aber im Drängnis. Muss da raus. Der Baum derweil räumt die komplette Backline auf. Hält die Leute schön zurück. Hamstot. Keiner aus KOG tot. Drache in der Mitte gespawned. Das bedeutet, den Mittel-Tower sollte man hier bekommen. Alleine wegen dem Violet-Schaden. Da ist der Drache connected. Der Drache macht da schon guten Schaden. Oh. Rhi muss da nochmal zurück. Das war es mit dem zweiten Base-Tower. Die Base ist offen und damit sollte das vielleicht auch schon ein Game gewesen sein. Schöner Schaden hier nochmal. Reicht alles aber nichts. Sie wollen sogar auf die Kills gehen. Sie gehen nicht auf den Finish gerade. Holen sich noch ein, zwei Kills, aber das war der Finish. 1 zu 1. Violet komplett durchgecarried. Man kann es nicht anders sagen, Leute. Man kann es einfach nicht anders sagen. Violet hat einfach... Violet hat einfach aufgeräumt. Was soll ich dazu noch sagen? Es war... Es war Violet. Meiner Meinung nach... Violet gewesen. Der Parade auf der Botlane hat es vielleicht auch nicht ganz so gut funktioniert. War vielleicht meh. Aber Violet, Leute... Was soll ich sagen? Einfach ein sehr, sehr starker Held. Wenn ihr noch nicht Diamond seid, ich empfehle jedem immer in meinen Streams. In meinen AAUV-Screams werde ich gefragt, Simeo, ich komme nicht nach Diamond. Welche Helden sind gut? Violet. Spielt Violet. Dann kriegt ihr sogar for free den Helden. Und das ist der stärkste Held, den es zur Zeit gibt. Ab Diamond wird er gebannt, bis Diamond push mit diesem Helden einfach hoch. Sehr, sehr stark. Schreibt in den Kommentaren, wie ihr das Game fandet. War eine schöne Runde. Von K.O.G. Haben wir gut aufgeräumt. Damage 35% von der Violet. Gigi. Nice, nice Runde. Und ja. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.